Willeroy und Boch. Formschöne Möbel in höchster Qualität, Technik, Funktion und Komfort. Made in Europe. Hohe Maßstäbe bei der Auswahl wertiger Materialien. Höchste Präzision bei der Verarbeitung. Maßgenauigkeit. Aufwendige manuelle Kantenbearbeitung. Die Verwendung spezieller Klebstoffe und Lacke. Mehrfache Lackierungen. Sorgfältige Handarbeit bei der Montage und strenge Qualitätskontrollen. Durch traditionelle Handwerkskunst gepaart mit modernster Fertigungstechnologie entstehen bei Willeroy und Boch stilvolle Möbel mit hoher Verarbeitungsqualität im Herzen Europas. Die Palette an Möbeln reicht von Schränken über Regale bis hin zu Möbelensembles und Lichtsystemen. Die platzsparenden Möbelstücke sind wahre Raumwunder. Großzügige Ablageflächen und die Nutzbarkeit des kompletten Schubladeninhalts durch die intelligente Vollauszugtechnik schaffen viel Stauraum für Badeaccessoires, Handtücher und Kosmetikutensilien. Die variabel positionierbaren Aufbewahrungsboxen und verstellbare Glasabtrenner halten entsprechend Ordnung. Effiziente Lichtsysteme bieten dabei optimale Lichtausrichtung. Der komfortable Selbsteinzug der Auszüge und Dämpfer für die Türen ermöglichen ein leichtes und lautloses Schließen. Die hochwertigen Materialien in edler Optik sind leicht zu reinigen und sorgen für Wohlgefühl und Hygiene im Bad. Die praktischen Schrankaufhänger und komplett montierte Möbel ab Werk vereinfachen die Montage zu Hause. Für eine lange Freude an der Qualität unserer Produkte werden bei Willeroy & Boch Rahmentüren von Hand verleimt, Rückwände beidseitig beschichtet und robuste Ganzmetallscharniere verwendet. Komplett geschlossene Kanten gewährleisten eine hohe Qualität auf Dauer, sodass Möbel von Willeroy & Boch bei sachgemäßer Anwendung und Pflege unbedenklich in Nassräumen eingesetzt werden können. Mit den Möbelkollektionen von Willeroy & Boch gestalten Sie stilsicher Ihr Bad. Erleben Sie Qualität auf Dauer, Funktionalität, Technik und Komfort für höchste Ansprüche.